Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Folge von Magic the Gathering Arena oder MTG Arena kurz gesprochen. Wir spielen heute mal ein wunderschönes Deck, das ich vorbereitet habe und zwar habe ich das Boros Assault Deck ein bisschen umgebaut, weil es doch ein paar bessere Karten gibt als die, die da in diesem Deck drin waren. Ich finde es ein sehr sehr schönes Agro Budget Deck, mit dem wir dem Gegner ultimativ ins Gesicht hauen können. Es ist super super schnell, es ist super super konstant möchte ich sagen, weil wir halt wirklich viel Early Game haben, wo wir den Gegner punishen können und ja, fangen wir direkt mal an. Die Kartusche ist natürlich super super strong, wir haben die Sacred Cats drin, Sacred Cats ist einfach super super gut, mit dem Embalm ist es halt wirklich eine starke Karte, mit Lifelink ist es natürlich gut, ihr könnt euch damit ein bisschen Leben generieren. Wir haben den Sky Marcher Aspirant, ist eigentlich der Bieter, den wir haben wollen. Er ist oftmals sogar mit Ascent drin, das heißt also er hat auch noch zusätzlich Flying, man kann damit den Gegnern relativ gut punishen und Magma Spray einmal als kleines Removal drin. So jetzt haben wir ihn noch mit drin, bei ihm bin ich beim Adorant Pouncer bin ich mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, weil er ist zwar ganz nett und mit Eternal Lies ist es natürlich ganz gut, wenn wir einen 4-4er haben, der dann hier Double Strike hat und alles mögliche, aber trotzdem muss man halt einfach sagen, dass er als 2 Mana 1-1 oder theoretisch 2 Mana 2-1 gar nicht so optimal ist, muss man sagen. Er ist relativ gut, wenn man ihn buffen könnte oder sowas, aber wir haben in unserem Roten Deck jetzt nicht die perfekten Möglichkeiten, deswegen ist er hier so eine Sache, wo man sagen muss, er kann rein, muss aber nicht. Baffling End ist so ein bisschen unser Early Game Removal, das ist ganz nett auf jeden Fall. Glory Bound Initiativ ist eine super super gute Karte, wir können ihn zu einem 4-4er machen mit Lifeling, wenn wir ihn exerten, er ist also super strong. Er ist auch nochmal so eine absolute Aggro-Karte, wie ich finde, weil selbst wenn er stirbt, bringt er jetzt noch einen 1-1-Typen mit rein. Abraid ist natürlich gut, um Kreaturen zu removen, ist er super gut, um Artefakte zu removen, es gibt ja auch sehr, sehr viele Artefakte, die momentan gespielt werden. Der Battlefield Scavenger ist einfach eine super starke Karte, weil wir ihn auch exerten können mit Draw und Discard, das heißt wir können unsere Hand irgendwie recyceln, wenn wir irgendwie Land zu viel haben oder sowas. Also der Horsh Mentor hat mir auch schon das erste Game, das ich tatsächlich jetzt schon gespielt habe und nicht aufgenommen habe, weil ich das dergänzig sehr probieren wollte, hat er mir das Spiel gewonnen, weil er irgendwie dem Gegner irgendwie 4 Damage oder sowas geschossen hat und die 4 Damage sind halt wirklich, wirklich viel. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr euch selber nicht einfach, äh, Quatsch, er ist ja nur Opponent, also ist alles cool. Lightning Strike natürlich zum Removal, teilweise auch zum Finishing des Gegners, wir haben die Ornard Crop Captain, den Ornard Crop Captain für 2 Mana, ist einfach super, super stark, weil er unseren ganzen, ähm, Attacking Creatures plus 1, plus 0 gibt, wenn er mit angreift, das ist super, super strong, Leute, damit kann man halt hart pushen einfach nur. Der Relentless Raptor ist für seine 2 Mana ein ultra starker Bieter, muss man einfach sagen. Das einzige Problem ist halt, dass er einfach immer angreifen und immer blocken muss. Vigilance hilft ihm dabei natürlich sehr, sehr gut, wir können dann hier ordentlich reingehen, ich meine, er ist ein 3-3er, Leute, er ist für 2 Mana, er ist super, super strong einfach nur. Treasure Map ist natürlich zum Zeigen durch unser Deck, dass wir genug Karten haben, dass wir gut hier, äh, gucken, ob die nächste, die nächste Karte auf unserem Deck uns irgendwas bringt oder nicht. Dann haben wir Devoted Crop Mate, ist eine coole Karte, wenn wir ihn exerten, können wir eine Kreatur, die mit 2 oder weniger Mana kosten von unserem Graveyard auf unserem Battlefield holen, das heißt also, da wird meistens dann irgendwie sowas wie der Crop Captain oder sowas wie der Raptor natürlich rausgezogen, weil die einfach super, super stark sind. Wir haben hier natürlich einen Instant drin, der alle unsere Kreaturen buffen wird und die untabbt, das heißt, wir können hier den Combat Trick können wir nutzen, um aggressiv zu gehen oder um irgendwie defensiv zu gehen, falls die Gegner uns punishen will, weil wir komplett angegriffen haben. Super gute Karte, Leute. Hat mir auch schon das eine Spiel hier mit teilweise gewonnen, möchte ich sagen. Trial of Solidarity ist super gut, wir geben der Kreatur plus 2, plus 1, Vigilance, warte mal, End of the Battlefield, Creatures, You Control, ne, alle Kreaturen kriegen plus 2, plus 1 und Vigilance bis zum Ende des Zuges und wenn wir eine Kartusche spielen, die wir ja hier auch mit drin haben, zumindest die weiße Kartusche, die rote Kartusche, finde ich nämlich okay, aber jetzt nicht so optimal, warte mal, lasst mich ganz kurz mal gucken, die rote Kartusche war doch die mit First Striker, ne, mit Haste, plus 1, plus 1, hey, könnte man tatsächlich auch spielen, finde ich aber jetzt nicht so optimal, deswegen ist es schon okay. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau hier, super super gut, weil wir halt die 2 Kartuschen spielen, wir können sie dann nochmal, ähm, hier raus, äh, nochmal auf die Hand nehmen, dann nochmal raus spielen, äh, und dann wieder den Gegner damit ein bisschen Druck machen, wir haben den Uncrop Crasher, 3 Mana, Haste, ist halt super super gut, einfach die Haste Kreatur, wir können ihn excerten, ähm, dann kriegt, dann kann halt eine Kreatur nicht blocken, was super stark ist, weil wenn wir da in ein großes Combat reingehen, ihn rausspielen, eine Kreatur dann, äh, eine Kreatur Block, den Block deaktivieren von einer Kreatur, wie sagt man das, wie sagt man das am dümmsten, wenn wir den Block einer Kreatur deaktivieren, ja, so kann man das sagen, oder, wenn wir ihn, weil unblockbar kann man nicht sagen, er darf einfach nicht blocken, die Kreatur, ganz einfach, äh, super super gut dann, wenn wir halt einen großen Eingriff haben, eine Kreatur dann rausholen können und dann dem Gegner ins Gesicht treiben. Combat Celebrant ist eine interessante Karte, wo ich sagen muss, okay, er ist nett, wenn er hier in diesem Deck ist, aber er ist nicht optimal, er ist super gut, wenn wir ihn irgendwie mit der Kartusche, mit der Roten spielen würden, ich finde ihn aber so auch okay, ähm, weil wenn er nämlich nicht exertet wird, äh, er hat, if Combat Celebrant hasn't been exerted its turn, you may exert it as it attacks, also das heißt, wenn wir ihn nicht exertet haben, wird er automatisch exertet, einfach, wenn er angreift, ähm, when you do, untap all other creatures you control, and after this phase, there is an additional Combat Phase. Das heißt also, wir können hier eine zusätzliche Combat Phase generieren, natürlich ist es super super gut, wenn wir direkt mit ihm angreifen können, deswegen die Kombination mit der Kartusche, wir greifen einfach direkt mit ihm an, er exertet direkt im, äh, im Attack Step, also weil er angreift, und tappt all unsere anderen Creatures, gehen wir in den zweiten Attack Step, ist also super super gut, er muss halt diesen Einzug überleben, und das tut er lustigerweise auch meistens, also deswegen habe ich die Kartusche auch gar nicht erst reingetan. Wir haben den Resolute Survivors, 3 Mana, 3, 3, schon mal gute Stats, möchte ich sagen, sie haben, ähm, sie haben eine sehr, sehr gute Möglichkeit hier, von wegen Exerting und alles Mögliche, weil wir halt dann einfach, ähm, ein Damage dem Gegner machen, und zwar eigentlich jedem Gegner, das heißt also, sie wäre eher so eine in Richtung, in Richtung, äh, Multiplayer, gute Karte, aber sie ist halt für dieses, für dieses Deck einfach optimal, weil wir exerten eigentlich, er ist eigentlich, äh, du weißt, gesagt, sie ist einfach so eine Karte, die der Gegner einfach nicht blockt meistens, weil sie halt einfach so, so, so meh ist, theoretisch, da gibt es auf jeden Fall andere Sachen. Okay, Dress Monument ist auf jeden Fall zweimal drin, dass wir hier die ganzen Warriors kriegen, wir haben ja eigentlich wirklich sehr, sehr viele Sachen, wo wir, äh, das rauskriegen, weil es sind ja weiße, äh, weiße 1, 1er Warrior Creature Token mit Vigilance in Kombination mit verschiedenen Sachen, wie unsere, ähm, Trial of Solidarity oder sowas, sind die halt super, super stark, kann man auf jeden Fall was machen, und wir haben halt auch einfach unendlich viele weiß, weiße Spells drin, wie ihr seht, und die kosten halt dann alle 1 Mana weniger, ist also auf jeden Fall eine gute Sache, die man machen kann. Angel of Condemnation ist sehr, sehr gute Sache, auch einfach, weil er kann uns von Kreaturen, von starken Kreaturen, die der Gegner hat, einfach befreien, wenn wir sie exilen und, ähm, dann im nächsten Endstep halt wiederkommen lassen, das ist super, super gut. Andererseits kann er natürlich angreifen mit Flying und Vigilance, das ist halt auch ultra stark, oder wir haben halt die Möglichkeit mit, von wegen wir exilen halt komplett eine Kreatur, bis er halt das, äh, Battlefield verlässt, problematischerweise müssen wir ihn halt dafür exerten, aber Cast Out, muss auf jeden Fall zweimal rein, wenn der Gegner irgendwie was richtig ätzend ist, einfach aufs Board bringt, dass wir das removen können, selbes Prinzip mit Ixalan's Binding, das eine, Cast Out ist halt einfach, ähm, Target Non-Land Permanent, und Ixalan's Binding ist halt, ähm, auch Target Non-Land Permanent, aber er kann's halt dann nicht mehr casten, das ist halt die wichtige Sache. Kostet halt aber auch halt unterschiedlich viel, ne, kostet gleich viel, aber wir haben halt den Cycling-Ding hier noch mit drin, ja. Angel of Sanction, super coole Karte, wie ich finde, 5 Mana, 3, 4 fliegend, when Angel of Sanction enters the battlefield, you may exile Target Non-Land Permanent and opponent controls until Angel of Sanction leaves the battlefield. Super gute Fähigkeit hier, ist an dieser Stelle auf jeden Fall das Embound wieder, wir kriegen einen super starken Engel wieder zurück, wir wär, wir dürfen nochmal irgendwas exilen, einen permanent von ihm, äh, Non-Land Permanent nochmal von ihm exilen, das ist einfach super stark, wir haben noch die Regal, Caracal, auch 5 Mana, andere Katzen, die wir haben, kriegen bloß 1, und haben Lifelink sehr, sehr gut natürlich zu kombinieren mit unserer Sacred Cat, also wir, wir werden vielleicht ja sogar irgendwie mal noch Katzen-Tribal spielen oder sowas, aber das wird dann eher grün-weiß Katzen-Tribal wahrscheinlich werden. Ist aber auf jeden Fall eine nette Karte hier reinzuspielen, und wir kriegen natürlich die 2-1-1er weiße Katzen-Spielsteine, Kreaturen-Spielsteine mit Lifelink, auch dazu, die theoretisch ja 2-2er sind. Burning Suns Avatar ist hier ein bisschen mit der Finisher drin, ich weiß, er springt hier jetzt so ein bisschen raus, weil er nicht optimal in irgendwie was reinpasst, wo wir hier haben, aber er ist halt eine sehr, sehr gute, aggressive Kreatur, kostet zwar, äh, Triple Rot, macht aber dafür halt auch 3 Damage auf, ähm, den Gegner und halt einer Kreatur. Sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Zu den Lander, wir haben 6 Planes, eine, äh, Shepard Dunes, weil wir brauchen halt den Buff, ich könnte theoretisch auch noch mehr Shepard Dunes reinpacken, aber es ist, ähm, wir brauchen sie tatsächlich nicht, dieses Deck ist aggressiv genug. Wir haben die Stone Quarry noch 3 Mal in Evolving Wilds, wir gehen hier also insgesamt auf 6, 7, 7, ähm, 7 und 7 sind 14, 20 Länder und ich habe das Kommentar gelesen, von wegen 20 Länder oder 21 Länder sind zu wenig für ein Standard-Deck. Möchte ich hier aber einen kleinen Einwurf machen und zwar ist normalerweise spielt man, also ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich der, der Modern-Spieler eher, ich spiele sehr, sehr viel Modern, spiele sehr, sehr viel Commander und habe jetzt eher weniger Standard-Erfahrung. Ich habe zwar schon des öfteren Standard gespielt, aber wenn, dann eher im Limited. Ähm, aber trotzdem habe ich mein eigenes Standard-Deck, ich habe sogar meine eigenen 4 Standard-Decks, die ich momentan habe und auch tatsächlich spiele, ich habe jetzt letztens auch auf dem Turnier mitgemacht und dort spiele ich teilweise sogar nur 19 Länder drin. Ich weiß, es sind aggressive Decks meistens, ich meine mein Mono-Weißes, äh, mein Mono-Weißes, äh, äh, wie heißt es nochmal hier, Mono-Weißes Vampir-Deck ist natürlich hier, ähm, auch ein aggressives Deck, aber dennoch funktioniert es sehr, sehr gut eigentlich hier mit weniger Länder zu spielen als mit 24 oder 25, obwohl die Decks teilweise so gebaut werden, das ist mir schon bewusst. Okay, wir spielen gegen einen Rang Silber 4. Weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, aber wir werden es auf jeden Fall mal sehen. Ich hoffe, dass wir dieses Mal mit den Lands gut rauskommen. Wie gesagt, ich habe schon ein Game damit gespielt mit diesem Deck. Es war super, super strong, einfach super smooth auf jeden Fall rausgekommen aus den ganzen Sachen. Sehr, sehr schnell die Karten rausgehauen, sehr, sehr schnell dem Gegner Druck gemacht auf der Hand. Wir könnten hier halt echt auf einen One-Lander halten, wenn ich ehrlich bin. Komm, probieren wir es einfach mal aus. Wir haben die Chancen hier mit der Sacred Cat zu gehen zweimal. Das ist halt schon eine super gute Karte, können uns damit ein bisschen, bisschen Value generieren. Die Frage ist halt nur, wir müssen halt eigentlich relativ zügig ein zweites Land ziehen. Ich hoffe, dass wir die Chance hier haben. Er geht hier jetzt in sein Ding rein, spielt Blau und Opt direkt. Okay, das ist in Ordnung. Wir haben hier in diesem Deck halt leider keine Chance, irgendwie Draw-Engines oder sowas anzuschmeißen. Wir haben die nämlich momentan. Ja, aber guckt Leute, es hat das perfekt geklappt. Zack, zack. Ein Turn. Hätten wir jetzt eine Problematik gehabt, dass wir kein Land ziehen oder sowas, hätte ich gesagt, okay, wir cykeln einen Cast-Out oder sowas, weil ich ehrlich gesagt noch nicht ganz abschätzen kann, was er hier momentan spielt. Ist aber bis jetzt noch nicht problematisch. Wir cykeln das Ganze, ziehen ein Magma-Spray. Spielen noch ein Ding raus, ist okay für mich. Wir gehen Attack, All Attackers, ein Damage hier in uns um eins, ist in Ordnung. Haben zwei Länder jetzt schon mal draußen, Leute. Ein Two-Länder ist auf jeden Fall schon mal okay. Er sacrificed direkt sein Evolving Wild. Soll er machen? Spielt er so weiß? Ah, da kommt das rote Mana, Leute. Das ist halt die Sache. Manchmal muss man einfach vertrauen. Manchmal muss man einfach Vertrauen haben. Die Frage ist halt, wird er denn hier jetzt genau direkt kontern? Ich will erst mal sein Konter vielleicht rausbaiten, Leute. Okay, er hat keinen Konter. Attack, Two Attackers, zack, zack. Das ist halt das Wichtige eigentlich. Wir pushen ihn hier halt relativ früh. Ich möchte eigentlich darauf warten, bis er hier wirklich sein Mana irgendwie raushaut, dass wir unseren... Okay. Okay, in turn direkt, oder wie? Dass er halt hier... Oh mein Gott, okay. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Damit können wir safe ihn hier spielen. Ohne, dass er hier uns irgendwelche Probleme macht. Wir ergreifen mit allen an drei Attackers. Die werden gebufft. Plus eins, plus null. Er ist auf zehn Health. Und das ist genau das, was dieses Deck einfach machen soll. Es wird pushen. Pushen, 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 pushen. Am besten wäre es natürlich hier an dieser Stelle noch irgendwie ziemlich viel... Die Sphinx. Ist es schon lethal für uns? Ich glaube, es ist tatsächlich schon lethal, oder? Sehe ich das richtig? Wir gehen in den Combat. Attack. All Attack. For Attackers. Buff. If common hasn't been exerted this turn. Und er surrendered. Alles klar. So einfach kann das gehen. Mit einem One Lander. Einfach mal hier easygoing. Den Win rausgeholt. Uh, 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 uh. Wir kriegen 200 Ocken und eine Uncommon. Ist okay. Auf jeden Fall. Wir können ja noch ein gutes Matchup machen, hätte ich gesagt. Wir haben hier Black or White Spells. Wir kriegen das hier auf jeden Fall. Und können uns nachher noch ein Pack kaufen. Was mich sehr, sehr freut. Ja, wir spielen einfach nochmal dasselbe. Ich muss ganz ehrlich sagen, die... We will be bringing the system down for mercy maintenance in 60 minutes. Please visit... Okay. Ja, gut. Bis dahin habe ich dann wahrscheinlich aufgenommen. Bis dahin habe ich hoffentlich dann aufgenommen. So, wir haben Doppelding. Wir könnten mit Weiß gehen. Haben die Treasure... Ja, ist okay. Ist okay. Zwar jetzt kein Doppel... Doppel... Äh, Sacred Cat Start. Aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Spielen wahrscheinlich die Dunes Turn 1. Ja, obwohl es kommt drauf an, was er jetzt spielt tatsächlich. Ne, wir spielen trotzdem die Dunes auf 1. Das ist in Ordnung. Ich meine, wir können Turn 2 trotzdem Magma Spray casten. Obwohl, es wäre wahrscheinlich besser. Okay, er hat denselben Start wie das Deck gerade eben. Alles klar. Play. Play. Ja, natürlich. Ja, wir zahlen ein Leben dafür. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Die Karte ist halt super, super strong, Leute. Wenn er keine Removal dazu hat, dann pushen wir ihn einfach hart damit. Das ist einfach richtig, richtig krass. Also ich kann euch sagen, die Karte ist einfach so... Okay, er spielt die andere Variante. Er spielt jetzt schwarz-blau anstatt weiß-blau. Ist tatsächlich beides ein bisschen... Oh, okay. Unsummon. Alright. Kann ich tatsächlich verstehen. Kann ich tatsächlich verstehen. Wir holen nochmal eine raus. Gehen ins Combat. Keine Attacker. And Turn. Wir haben halt jetzt noch ein rotes Mana offen, was sehr, sehr gut ist für das Magma Spray. Falls der Gegner jetzt irgendwas rausspielen sollte. Was er wahrscheinlich nicht jetzt spielt, weil er halt... Combat. Ja, bla bla bla. Attack, Block. My Turn. Weil er halt eigentlich ein Control Deck ist. Oh, noch ein weißes Mana. Das ist angenehm, möchte ich sagen. Weil dann spielen wir nämlich hier für weiß. Und rot spielen wir nämlich dann das hier raus. Der wird vielleicht gecountert oder sowas in die Richtung. Das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Er lässt ihn durch. Wir spielen nochmal einen raus. Ja, wir payen hier. Zack, zack. Kein Counter, please. Wäre nice. Nice. Wir gehen in den Combat. Drücken ihm hier drei Damage durch. Ein Attacker. Es greift ja leider niemand mit ihm an. Es scheint so, als ob er hier nochmal ein Unsummon. Okay. Ist okay. Doppel Unsummon hier an dieser Stelle ist fine for me. Ja, in turn. Ah, er crackt noch. Okay. Unsummon ist eine interessante Karte. Es bringt halt schon viel Control. Oh, dreifarbig. Kriegst du es? Kriegst du es Piraten? Kriegst du es Control? Stimmt, wir haben hier ein Ding drin. Wir haben ja Bolas noch mit drin. Ah, vielleicht ein Bolas Deck. Wäre interessant auf jeden Fall ein Bolas Deck zu sehen. Aber er muss halt sehr, sehr viel Glück haben, hier ein Bolas einfach rauszuziehen aus den Packs. Doomfall. Ah, shit. Aber, ja. Was hat er rausgepackt? Was hat er rausgepackt hier? Abraid. Okay. Doomfall kann... Exile Tiger Engineer sehen. Okay. Doomfall ist wirklich eine starke Karte, muss man einfach sagen. Wir bringen jetzt hier mal Okatros Monument. Attack mit allem. Das sind halt jetzt einfach 6 Damage, gegen die er sich momentan noch nicht wehren kann. Aber es kann problematisch werden, Leute. Es kann halt wirklich problematisch werden. Er hat die Chance fürs Removal und alles mögliche. Okay, er gibt uns direkt den Zug wieder. Wir machen Mountain Combat. Attack. Attack with all. Zwei Attacker ist okay. Debuff. Blockers können gewählt werden. Damage geht durch. Er macht hier nichts an dieser Stelle. Ist okay für mich. Wir spielen ihn hier. Er wird wahrscheinlich gecounted, könnte ich mir vorstellen. Aber wir kriegen hier ein 1-1 auf. Er wird nicht gecounted. Okay. Das heißt, er hat wahrscheinlich das Removal dabei. Wir machen es so. Spielen unsere Treasure Map raus. Können dann den nächsten Zug, bevor wir ziehen, scryen. Er countert die Treasure Map. Ist okay. Obwohl, ob das okay ist, frage ich mich noch. Er kann halt hier mit einem Heart Removal halt unser Board wipen. Er hat 4 Mana. Das heißt, also Removal ist auf jeden Fall true, möchte ich sagen. Aber wenn er halt jetzt nicht das Board wipet, ist er halt tot. Ein Mana zu wenig. Ah. 3, 4, 5. Ein Mana zu wenig. Ah, ist das schade. Es geht leider nur auf Creatures. Combat. Attack. All. 3. Hat er jetzt... Er müsste noch einen Bounce haben tatsächlich, um hier irgendwie noch aus dem Ding rauszukommen. Blocker. Damage. Okay, er kommt nicht mehr raus. Damit ist es GG, Leute. Victory number 2. Oh, dieses Deck. Es ist... Alter, schade. Es geht halt einfach durch wie... Wie was weiß ich was. Das ist super krass. Okay, wir haben Sphinx Decree. Das ist jetzt nicht so optimal, ist aber okay. So, dann hätte ich mal gesagt, wir öffnen jetzt mal noch ein Pack. Wir haben nämlich 1.400. Die Frage ist nur, was für Packs wollen wir öffnen? Wollen wir X-Alan? Rivals of X-Alan? Oh, ist auf der... Ah, ich weiß nicht. Tatsächlich möchte ich eigentlich gerne... Was ist momentan gut gerade? Ähm... Ne, wir machen den X-Alan Pack auf. Wir machen den X-Alan Pack auf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Cooles rausziehen. Besonders wir brauchen ja noch einiges an Dinos. Ah, der Marauding Loot. Hightech. Goblin. Harald Spoon. Und wir haben auf jeden Fall eine Ankommel. Und... Entrancing Melody. Joa, ist okay. Ist okay. Könnte... Hätte was Schlimmeres sein können, liebe Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Deck gefallen. Ihr könnt es mir sehr, sehr gerne zeigen mit einem Daumen nach oben. Schreibt was schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und, ähm... Ja, wenn ihr Deckideen habt, schreibt die in die Kommentare rein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Dürelü.